Wir haben im Jahr 2018 gemeinsam mit den Wiener Frauenhäusern eine Ausstellung anlässlich 40 Jahre Wiener Frauenhäuser gemacht. Diese Ausstellung trug den letztlich bedrohlichen Titel Am Anfang war ich sehr verliebt. Wir haben gesehen, welcher physischen und seelischen Gewalt Frauen in Familien ausgesetzt sind und dass Gewalt gegen Frauen ein Phänomen ist, das in allen Gesellschaftsschichten vorkommt. Wir haben gelernt, dass es betroffenen Frauen unheimlichen Mut abverlangt, ihre Lage zu verändern oder gar ihr Umfeld zu verlassen, um sich in Sicherheit zu begeben. Es sollte nicht mehr notwendig sein, diesen Mut aufbringen zu müssen und daher sollten wir gegenüber den vielfältigen Möglichkeiten der Gewalt gegen Frauen rechtzeitig entgegentreten.